Ich bin Tatjana Püro, ich bin Naturschützerin aus dem Seysenbezirk und ich bin hier im Rohrholz des Tafers für Neophyten zu entfernen, mit Klasse, Privaten und an ihm. Kommt raus, du gehst noch einen? Ich mache das, weil mir die Biodiversität sehr am Herzen liegt, weil ich mir wünsche, dass die Vielfalt des Lebens zurückkommt in den Wald. Und weil ich mich etwas näher zur Natur bringen möchte und etwas sensibilisieren für das, was wir schön hier voraus sind. So? 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 So?